Flügelfest gegen den zweiten Gegenspieler, auch den packt ein, dann super Pass auf Max Pilztrup, der in den Rückraum auf Radkow, die erste gute Möglichkeit. 60% Ballbesitz für unser Team, Fernando mit einem feinen Haken und mit dem Tempo nach vorne, Fernando auch mit dem ersten Abschluss. Von Aaron Sky Schwarz, das kann ich vielleicht gleich beantworten, davor die große Chance von Peter Radkow. Zurück auf Terzic, Coronado Azz aus 25 Metern, legt er nochmal ab auf Dedic, netter feiner Haken, mittlerweile im Strafraum angekommen. Flanke von Terzic rein, wieder ist ein großer dabei. Zweiter Ball, landet bei Karim Kornaté, Karim Kornaté, er ist ja wieder da, was ist denn los, Freunde, Karim Kornaté, unser Topscorer. Er weiß einfach, wo das Tor steht.